Tja, liebe Oettinger, endlich ist es soweit. Am 1. August komme ich endlich mal nach Oettingen. Seit Jahren fiebe ich auf diesen Termin hin. Ich habe ja niederbayerisches Abitur, da weiß man natürlich, wer was auf sich hält, muss mal mindestens einmal im Leben nach Oettingen kommen. Die Geschichte spricht ja für Sie. Es ging ja los, damals 5000 vor Christus waren schon quasi Jungsteinzeitler da sozusagen. Da haben wir auch so Funde gemacht, wie Sie sicher wissen werden, wenn Sie ein bisschen zum älteren Semester gehören. Die Römer waren in Oettingen. Ich war damals nicht in Göttingen. Aber die Österreicher, wissen Sie, wann die Österreicher nach Oettingen gekommen sind? Das war nach dem Dreißigjährigen Krieg. Und zwar die protestantischen Österreicher. Ich glaube, die katholischen Österreicher, die sind nach Kitzbühel. Und da haben die anderen gesagt, wo könnte es noch schön sein, außer in Kitzbühel? Dann kam man natürlich logischerweise auf Oettingen. Und das ist auch genau das, was wir uns niederbauen in Oettingen fasziniert. Das ist einfach dieses, nennen wir es mal, dieses mondäne Flair. Ja, unser Eins kommt ja sonst nie dahin. Und dass ich dort auch noch auftreten darf, ist natürlich eine wunderbare Sache. Ich übe auch schon fleißig für den Auftritt in Oettingen am 1. August. Ich habe mir sagen lassen, am besten dient der Vorbereitung jeden Tag ein Sixpack Oettinger. Jetzt gehe ich wieder rein und haue mir das nächste Sixpack rein. In diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns am 1. August in Oettingen. Servus dabei!